Viparita Namaskar Siddhasana ist die halbe Stellung des Vollkommenen in umgekehrter Grußhaltung. Gib eine Ferse zwischen Geschlechtsorgan und Anus an den Kandapunkt bzw. an die Scheide anliegend oder Sitze auf dem Fuß und gib das andere Bein nach vorne. Das ist Ardha Siddhasana. Dann gib die Hände hinter dem Rücken zusammen, die Handflächen berühren sich, die Fingerspitzen nach oben. Das ist Viparita Namaskar.